Hallo miteinander, ich bin Gabriel, ich mache meine Lehre hier bei der Firma KRAPF AG als Metallbau-Konstrukteur und ich zeige dir heute etwas über meine cool Lehre. Der Alltag als Metallbau-Konstrukteur ist, dass man mit der Planung der Architekten wie auch der Projektleiter Pläne erstellt. Was ich gelernt habe, ist sehr kommunikativ zu sein, mit allen den beteiligten Leuten und Problemen direkt an den Wurzeln anzupacken. Für die Lehre sollte man mitbringen, eine aufgestellte Persönlichkeit, gutes Vorstellungsvermögen und ein Teamplayer sollte man sein. Also der Umgang mit den Lernenden ist sehr respektvoll, was mir auch sehr wichtig ist. In der Firma KRAPF macht man sehr viele interne Sachen, sei es Sommerfest, Boccia-Arbeit oder auch alle miteinander an Däumen gehen. Meine Ausbilder kenne ich eher so ein bisschen mehr als Mentorfigur, die mich coachen und erklärt, hey, schau, ich gehe so und so vor. Aber wirklich aus dem Praktischen nehme ich eigentlich bei uns von den Planern selber das technische Ausrühren. Wenn dir der Alltag als Metallbau-Konstrukteur gefallen hat, dann bewirb dich doch bei der Firma KRAPF AG und komm zu uns.